Comics gegen Rechts, der Talk. Biografien aus dem Holocaust als grafische Literatur. Geschichten über Rechtsradikalismus in Penels. Die Klassiker und die neuen Werke der neunten Kunst, die sich mit dem Thema des rechten Menschenhasses beschäftigen. Im Talk mit Hanna Brinkmann, Autorin der Graphic-Novell, gegen mein Gewissen, Nils Ostkamp, Autor der Graphic-Novell, drei Steine und Andreas Prihl vom Podcast der Telestammtisch. Untertitelung des ZDF, 2020